Spar sammelt mit Hilfe der Kundinnen und Kunden Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Wir sammeln Boxen in der Nachkassensonne und mittels Lehrlingsaktivitäten. In über 40 Sparfilialen sind Spendenboxen der St. Anna Kinderkrebsforschung aufgestellt. Die Lehrlingsaktivitäten finden jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit statt. Dabei wird Punsch verkauft und kommt der Spendensammlung zugute. Spar fördert dabei auch das Sozialverhalten der Lehrlinge und investiert in eine soziale Zukunft. Die Jugendlichen lernen Verantwortung für Mitmenschen zu übernehmen. Vielen Dank für diese großartige Aktion und diese treue Unterstützung. Gerade in Zeiten wie diesen, die St. Anna Kinderkrebsforschung kann einfach nur Danke sagen an Spar. Und ich bin nicht allein gekommen, sondern Gigi, der gut gelaunte Glückskäfer, eine Sonderedition eines unserer St. Anna Kinderkrebsforschungsmaskottchen, will mit mir Danke sagen und ich darf ihn übergeben. Vielen, vielen Dank nochmal. Danke. Danke.